yo meine freunde was geht ab mein name ist patrick aka mouse master ich hoffe es geht euch allen gut heute hatte ich mir mal etwas anderes überlegt und zwar unreal tournament 2003 ein spiel was habe ich das gesuchtet das spiel ja und ja also ich will jetzt mal ein bisschen zocken hoffe das gameplay gefällt euch und vielleicht habt ihr auch selber irgendwie ein paar alte spiele die ihr früher wirklich gesuchtet habt und könnt mir das ja mal in die kommentare schreiben ja ich habe auf jeden fall noch viele 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 alte spiele hier rumliegen wenn jemand eins kennt der kann das immer sagen ja 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 das ist alles ja vielleicht habt ihr auch irgendwie vielleicht irgendwie verlieblingsgames oder so kann ich ja mal gucken, dass ich sie vielleicht mal einzocken, die games wenn ihr Bock drauf habt wer möchte Achtung, 5 Minuten der Oh, Leute. Oh, Leute. Das hat sich ja wehgetan. Was? Steh halten, verdammt. Du Memme! Hat er gedacht, was? Nimm das! What the fuck? Das sind mal eines der besten Games überhaupt. Ich kenne dich auch mit der normalen Waffe, Alter. So sieht's aus hier. What? Da kann man jetzt nicht gehen. Ich bin der Boss. Jetzt gucken wir uns. Gucken wir, dass wir uns nochmal... Oh, geh weg, 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 weg. So, jetzt gibt's noch... Oh, komm. Ja, wir sind nochmal, leck mich am Marsch. So, sieht's was. Probiert mal mit entsichern. Gucken, dass wir noch mal den Atomraketen mehr verfliegen. Okay, der gibt's glaub ich nur einmal in der Runde. Oh, gib mir ne Waffe, irgendeine Waffe. Ja, Mann. Komm, einen holen wir noch, oder? Komm, einen holen wir noch, oder? Wir holen uns den Rocket Lunge noch mal. Scheint er, dass hier die Zeit nicht angezeigt wird. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Jawoll. Warten wir schon mal mega kill. So sieht's aus. Das ist alles. Das ist alles. Oh. Oh. Oh, geil. Die Lightning Strike, jetzt geht's ab. Oh, geil. Die Lightning Strike, jetzt geht's ab. Oh. Woa. Sorry. Oh, Death to God ever. So sieht's aus. Komm her. Von der Entfernung, ne? 20 Sekunden. 10, 9, 8, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1. So sieht so aus. Sie haben das Match gewonnen. Sie haben das Match gewonnen. Ja, wenn euch das kleine Gameplay gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Schreibt mir mal in die Kommentare, was für alte Games hier zockt und so. Und es würde mich echt heftig interessieren. Ich würde auch gerne mal gucken, ob ich vielleicht das eine oder andere Spiel habe, was ihr cool findet. Und dann werde ich das mal ausprobieren. Und dann würde ich sagen, einfach sehen wir uns beim nächsten Mal. Lasst einen Daumen nach oben da und haut rein. Bis zum nächsten Mal.